Hallo und herzlich willkommen bei den Maltisch am Mittwoch Tutorials. In dieser Videoserie veröffentliche ich alle im Maltisch am Mittwoch gezeigten How-to-Paints als separates Video, was mir die Organisation und Verwaltung, als auch euch, die Suche nach dem Content erleichtern sollte. Die im Video gezeigten How-to's sind auf jeden Fall ganz nah an der Praxis orientiert, denn es ist genau die Art, wie ich an die Modelle herangehen würde und von quick and easy über Layern über wir lassen uns ein bisschen mehr Zeit, genau die Schritte, die ich anwenden würde für meine Miniaturen, die bei mir im Spiel auftauchen. Und deshalb, wenn ihr Lust habt, eines dieser How-to-Paints mal nachzumalen und eure Figuren in sozialen Medien teilen wollt, dann tut dies doch bitte mit den Hashtags Dizzyfinger, Maltisch am Mittwoch oder MAMTU, M-A-M-T-U, für Maltisch am Mittwoch Tutorials. Und wie ihr es gewohnt seid, beginnt das How-to-Paint nach dem Intro. Beginnen wir mit dem How-to-Paint Silverneth oder Wood Elf Dryad bzw. Waldelfen Druarde in einem frühlingshaften oder sommerlichen Thema. Das Modell habe ich ursprünglich hier mit Skeleton Bone von Army Painter grundiert. Das gefiel mir dann aber doch nicht so gut, deshalb bin ich einmal mit Steel Legion Drap drüber gegangen und habe das Base schon mal, weil diese Farbe immer etwas länger trocknen muss, mit Sterlend Mud Texturefarbe bemalt. Das ganze Modell wird in einem sehr, sehr hellen Ton Richtung gelblich-Knochenfarben mit ganz, ganz leichten weißen Akzenten gebürstet. Hier gehe ich mal nicht darauf ein, dass das ein Ländenschutz ist, glaube ich, muss ich gucken, wie viel Grün im Modell hinterher ist. Die Geister, diese Waldgeister werden rötlich, um einen Kontrast zu haben. Blätter und leuchtende Augen haben andere Grüntöne und dann gucken wir mal, wie das Ganze am Ende rauskommt. Die Farben, die ich benutze, sind Steel Legion Drap, Karak Stone, Ushanti Bone, Screaming Skull und Pallet Witch Flash. Dann, für die Blätter, Castellan Green, Death World Forest und Nurgling Green. Für die Energieeffekte, beziehungsweise leuchtende Augen sind das ja nicht, sind das also magische Energie. Lauren Forest, Warboss Green und Skarsnick Green. Für das Base brauche ich zusätzlich gleich noch Dried Bark, Rakarth Flash. Die Waldgeister, Korn Red, Mephiston Red und hier auf der Seite Wild Rider Red. Troll Slayer Orange und Fire Dragon Bright. Dazu habe ich hier noch einmal Athonian Carmo Shade und meinen Agrax Earth Shade Soft Tone. Zur Erinnerung, Agrax Earth Shade Soft Tone ist ein 50-50 Mixer aus normalem Agrax Earth Shade und Lamihan Medium. Das ist ein Verdünner Medium, um die Farbe so ein bisschen zu strecken. Was auch nicht so starke Schatten macht. Dann habe ich hier noch Art Code für hinterher. Und das Base werde ich hier mit Battlefields Fieldgrass bestreuen. Das ist diesmal extra ein bisschen grüneres, um diesen sehr frischen Charakter der Wiese aufzugreifen. als auch hier von Green Stuffed World die Shrub Tufts 6 mm. Die werde ich auch verbauen. Dafür brauche ich dann hinterher auch noch ein bisschen Sekundenkleber. So. Jetzt habe ich noch viel zu viel geredet, bevor wir überhaupt irgendwas hier gemacht haben. Kommen wir zum Modell. Es geht darum, die Rinde und hier hinten auch diesen Stamm zu bemalen bzw. zu bürsten. Und ich würde gerne hier das nicht grün machen bei dem Modell ausnahmsweise. Denn ich habe hier oben am Kopf Blätter und hier oben auch nochmal diese großen Blätter der Druade, die hier mit so einer Ranke am Ast hinten runter gehen. Wobei das könnte auch der Waldgeist sein, mit Flügeln. Naja, für mich sind es optisch Blätter in dem Falle. Also da könnt ihr euch entscheiden, ob das hier hinten drauf, ob das Flügel des Waldgeistes sind oder Blätter. Vielleicht sind auch die Flügel des Waldgeistes einfach grün. Und damit das Modell nicht zu grün wird oder zu grünlastig, habe ich mir überlegt, das so zu machen. Es ist zwar schon einmal im Stil Legion Drap bemalt, aber ich nehme da nochmal Stil Legion Drap und bürste. Primär, um das Base schon mal zu bürsten. Dann ist das schon mal fertig. Da brauche ich dahinter nichts mehr wirklich groß dran machen. So. Einmal über das Base. Trockenbürsten kennen wir mittlerweile alle. Ein bisschen Farbe in die Spitze des Pinsels einarbeiten. Und gegen die Strukturen auf dem Modell, hier auf dem Base ziehen. Um die höher gelegenen Stellen der Strukturen mit der Farbe zu treffen, zu benetzen. Die auch immer man das jetzt benennen möchte. So, wie gesagt, hier gehe ich nochmal übers Modell drüber. Sicherheitshalber. Denn es wirkt so, als würde diese helle Grundierung, die ich genommen habe, an manchen Stellen noch ein bisschen durchscheinen. Was soll der Geiz? Wir haben ja auch ein bisschen Zeit. Könnt natürlich auch nochmal zum Vergleich euch die beiden anderen Drüharten Tutorials gerne mal anschauen. Die findet ihr entweder in den entsprechenden Episoden des Maltischer Mittwoch oder dann bald, wahrscheinlich jetzt, wenn das online ist schon, auch als separate Videos. Könnt ihr vielleicht auch mal gucken, was euch am besten gefällt oder was ihr auch als Inspiration für euer eigenes Thema oder Farbschema nutzt. Vielleicht gefällt euch jetzt zum Beispiel auch, dass diese dunkle Rinde der Wintervariante mit dem rot-orange-gelben Blättern der Herbstvariante mag er sein. Deshalb, da sind euch mal eurer kreativen Energie keine Grenzen gesetzt. Jetzt habe ich hier gerade Ruckarth Flash auf dem Pinsel. Was nehme ich jetzt nur noch für das Base? Das ist ja die Standardart, wie ich Bases gestalte. Steel Legion Drap, also Sterling Matt zunächst, drauf als Texturfarbe. Dann Steel Legion Drap, Ruckarth Flash, Burst und dann zum Schluss noch ein Shade, dann ist das fertig. Bevor ich dann noch ein bisschen Streu oder Gras-Tofts drauf mache, da braucht man gar nicht so viel rumeiern. So, an die Borocke geht es nun mit Karak Stone. Jetzt gucke ich mal, dass ich hier im Fokus bleibe. Ich gucke nämlich heute mal ausnahmsweise rechts an der Kamera vorbei und sehe das Display nicht direkt. Aber was ihr hier seht, das Karak Stone macht direkt einen wunderschönen Kontrast beim Bürsten. Also der ist schon richtig knallig sofort. Da freue ich mich dann immer, wenn solche Farbspiele sich ergeben. Beziehungsweise die Farbkombination mit der Technik, die man gerade anwendet, schon so einfach gut aussieht. Ohne dass man schon viel gemacht hat, bis man über viele verschiedene Farbschritte nach oben gegangen ist. Farblich nach oben zu den Highlights. In dem Schritt mache ich natürlich hier hinten diesen Stumpf auch direkt. Das sind natürlich auch die unterschiedlichsten Möglichkeiten, denen wir noch anders farblich zustalten. Und, und, und verschiedene Holzsorten zu mischen. Hier halten wir es ganz simpel, wir machen eine Farbe, damit das exemplarisch gut aussieht. So, und für die ganz, ganz Schnellen unter euch sei gesagt, jetzt könntet ihr im Prinzip schon die Blätter bemalen und seid fertig. Das ist immer die Sache, wie viel Zeit könnt und wollt ihr in so ein Modell investieren. Im Armeebuch der Waldelfen, ich spiele die ja in Ruhrheimer Fantasy, habe ich mal nachgeschaut. Diese Dullarten sind jetzt nicht so die punktintensivsten Modelle und daher auch nicht die stärksten im Spiel. Deshalb ist die Frage, wie viel Zeit man investieren möchte und wie schnell die auch immer dann raus sind, wie groß die Einheit sein muss, die man davon hat. Und alle so Faktoren, die einen dann beeinflussen, wie detailliert man die Modelle auch dann bemalt. So, aber von der Innenseite nicht vergessen. Zack, zack. So, das ist schon mal Schritt Nummer 1. Schritt Nummer 2 wäre, Rutschab die Bauen. Aber, ich bin ja pfiffig, diese Droade soll von der Rinde so ein bisschen ein anderes Feeling haben. Also es soll nicht so einheitlich sein. Deshalb nehme ich mir jetzt einen Wash Brush. Wo ist er? Da ist er. Shade Pinsel heißen die heutzutage. Und trage mit dem ein wenig Athonian Camo Shade auf. Diesen Shade trage ich jetzt schon auf, weil nämlich so nur diese Schicht hier beeinflusst wird. Und wenn ich jetzt weiter drüber bürste hinterher, sieht man hinterher nur noch einen Hauch von dieser Farbveränderung. So, jetzt habe ich hier das rechte Bein so ein bisschen und einen Stopfen am Ländenschutz hier oben am Arm. Ein bisschen was einfach so random drauf, weil so ein Baum ist ja zum Beispiel auch manchmal durch Moos besetzt oder durch irgendwelche Kletterpflanzen beeinflusst. Man hat einen oberflächlichen Defekt an der Borke oder sowas. Und dann verfärbt sich so ein Baum auch mal unterschiedlich. Und das versuche ich damit hier jetzt mal aufzugreifen bzw. zu erzeugen. So. So sieht das Modell dann jetzt aus. Das lasse ich ganz kurz trocknen. Und dann machen wir weiter mit dem Bürsten. Wie ihr jetzt erkennen könnt, ist der Farbunterschied durch den Shade gar nicht so schlimm. So auffällig, so krass geworden. Und ich denke, damit können wir gut weiterarbeiten. Das wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit, um grundsätzlich diesen Ländenschutz, dieses Rindenborkenwerk, was als Ländenschutz gut durchgeht, auch einfach farblich zu gestalten und nicht zu sehr abzuheben in diesem Comic-Stil, den ich auch öfter mal bevorzuge. Aber nichtsdestotrotz nehme ich mir jetzt wieder Coward Stone, also die Farbe, die ich gerade hatte, und gehe nochmal hier drüber, um wieder das Highlight ein bisschen herauszuarbeiten an den Stellen, an denen ich mit dem Shade gearbeitet habe, so dass wirklich nur die tiefen Stellen farblich ein wenig verändert sind, und die Veränderungen erhalten haben, wollte ich eigentlich gesagt haben. So, nach Coward Stone nehme ich jetzt zur Hand U-Shop-D-Bone. Shop-D-Bone ist ein etwas gelblicher Farbtonen, Knochenfarbtonen, der passt hier auch ganz gut als Highlight. Wichtig ist natürlich bei den Schritten, je höher ihr mit der Farbe kommt, desto weniger sollte erst mal auf den Pinsel sein zum Bürsten, um auch die Kontrolle darüber zu haben, wie stark diese Highlights in der Farbe ausgeprägt sind. Wenn ihr direkt mit einem richtig zugematschten Pinsel, also übertrieben gesprochen, zugematschten Pinsel ans Modell geht, dann sind die Details auch hin. Dann braucht ihr auch eigentlich gar nicht Trockenbürsten. Deshalb lieber erst mal ein bisschen weniger Farbe anfangen und ein, zwei Schichten, beziehungsweise Pinselstriche mehr beim Bürsten investieren, damit es besser aussieht, ja. Das Ziel eines Hobbys ist ja sowieso eigentlich, mit möglichst wenig Farbe gute Effekte zu erzeugen. Zum einen sind Farben teuer, zum anderen sind Farbschichten so, dass sie auch irgendwann Details fressen, je dicker und je mehr es sind. Deshalb sage ich jetzt nicht, nein, nicht Thin Your Coats, wie man es oft hört, sondern arbeitet vorsichtig mit wenig Farbe. So, und das waren die Schritte, um die, also sagen wir mal, um die Grundfarbe des Baumwesens der Druarde festzulegen. Einmal den Staub, den das Trockenbürsten erzeugt, abgepustet. Und dann sieht das ganze Modell so aus. Jetzt gehen wir noch den Extraschritt weiter. Ich nehme mir Screaming Skull. Das ist natürlich die Sache, den Schritt muss man jetzt nicht machen. Wenn euch das schon reicht, dann lasst das. Oder wenn ihr eine ganze Horde von vielleicht 40 Stück habt, macht da 10 so, 10 ein bisschen heller, 10 noch heller, so dass ihr auch ein bisschen farbliche Variationen hineinbekommt. Und jetzt achte ich darauf, dass die Highlights, die ich aufbürste, mehr von oben diesen Fokus haben. Dass es wirklich Highlights sind. Also Stellen, an denen das Licht die Farbe, die Kante der Farben etwas aufhält. Das heißt, ich gehe zum Beispiel nicht mehr hier unten unter dem Arm lang. Hier am Podex arbeite ich jetzt auch nicht mehr so aktiv mit der Farbe. Da dort ja von oben dieser Schatten des Asts runterkommen könnte. Und ich glaube, das sind tatsächlich Flügel von diesem Waldgeist. Das irritiert mich natürlich jetzt, weil ich was anderes vorhatte. Na gut. So ist das. Erstens kommt es anders. Und zweitens, als man denkt. So. Jetzt habe ich noch Screaming Skull und Palette Witch Flash gestehen. Jetzt male ich nämlich die anderen Farben des Modells einmal an. Um dann danach mit Shade zu arbeiten. Ich beginne bei den Blättern mit Castellan Green. Um schon mal zu wissen, wie die Farben am Modell so verteilt sind. Und dann haben wir hier am Kopf in diesen Ästen, die meines Erachtens wunderbar in irgendwelchen Dreadlocks nachempwunden sind. Ganz viele Blätter, die alle wunderbar blau, ach blau, ist klar, grün bemalt werden können. Ihr müsst mir das nachsehen. Ich komme gerade von einer langen Frühschicht. In dem Moment, in dem ich das Video hier gerade aufnehme. Da kommt es schon manchmal zu kognitiven Aussetzern. Auch ein bisschen so von der Seite und von unten. Weil es soll ja Menschen geben, die sich beim Anschauen eines Modells und beim Begutachten der Arbeit, die daran geleistet wurde, das Modell auch mal in die Hand nehmen und drehen. Dann wäre ja doof, wenn ihr euch von der einen Seite, also quasi von oben, sehr viel Mühe gegeben habt bei den einzelnen Details. Wenn man dann von unten merkt, ach guck mal, der hat gewuscht, der hat da gar nicht bemalt. So, das sind die Blätter. Am unteren Teil des Modells gibt es gar keine mehr, so wie es ausschaut. Das da könnte ein Blatt sein, ist aber nicht eindeutig. Ne, mehr Blätter gibt es an dem Modell hier unten gar nicht. Dann gehe ich einfach davon aus, dass das hier eine Ranke ist. Und nicht irgendwie so ein Schwanz oder sowas von diesem Waldgeist. Waldgeist, klingt nach Alkohol. Sondern tatsächlich eine Ranke, die hier hoch geht. Und ich glaube, dass hier oben sind, auch wenn es nicht ganz korrekt ist, vom Modell her, dass hier oben sind dann grüne Flächen, die noch ein bisschen Blätter nachempfinden. Vielleicht ist es auch einfach ein farblich zweigeteilter Waldgeist. Aber das ist eigentlich eine gute Idee, oder? Wenn der eine hier hinten rot ist, der andere hier oben grün. Es gibt nochmal so dieses bunte, farbenfrohe, frühlingshafte. Doch, das ist, glaube ich, eine gute Idee. Okay, Planänderung während des Tutorials auch eine gute Sache, aber passiert schon mal. Ich nehme mir jetzt Lauren Forrest. Das ist eigentlich die Farbe für dieses Leuchten in den Augen, dieses Leichte. Und im Mund. Da werde ich schon mal die Farbe reinsetzen. Dass ich schon mal grob weiß, wo die hinterher hin muss. Und da habe ich mich ja quasi gerade dazu entschieden, dass das hier hinten tatsächlich ein kompletter Waldgeist ist. Samt eines Schweifes, der hier um den Ast gewickelt ist. Und werde dem dann natürlich die Farbgrundschicht auch nochmal verändern. Von Castellan Green, was ich jetzt genommen habe, zu Lauren Forrest. Vielleicht fühlt sich das hier oben dann auch ganz schön ein, wenn auch da zwei Grüntöne zu sehen sind. Also durch die Blätter und dieses Geisterwesen dahinter. Das ist sowieso fraglich, was das für Viecher sind. Ich persönlich versuche bei meinen Truaden eher weniger dieser geisterhaften Wesen darauf zu bauen. Gut, mal da ist übrigens auch noch ein Blatt, so wie es ausschaut. Könnte aber auch das Bein sein, muss ich mal von hinten anschauen. Ne, ist ein Blatt. Also wie gesagt, ich versuche zum Beispiel darauf zu verzichten, denn ich bin mir nie so richtig sicher, wie man die jetzt vernünftig anmalt. Dann noch lieber die Käferwesen aus der Box der Kurnoth Hunters und aus der Box der Druaden diese ganzen Knochen oder die Schneeeule. Das war auch ein sehr schönes Detail, was man natürlich in einer Armee nicht zu oft aufnehmen sollte, aber es ist sehr schön anzusehen. Kann natürlich auch ein Kauz sein. Oh, da sieht das Knie von dem sogar nur aus wie ein Blatt. Ich glaube, das ist es sogar. Das ist aber echt ein skurriles Teil. Na gut, das hat mal irgendwer so designt, dann wird das schon so okay sein. Nachdem ich mich jetzt dafür entschieden habe, dass das da oben alles Waldgeist ist, bekommt der dahinter nochmal diesen... ...roten Farbton aufgedrückt und zwar Korn Red. Da ist jetzt zu schauen, was ist hier von Waldgeist und was ist Baumstumpf. Das sind zwei Krallen, wenn ihr mich fragt, die hier so runtergehen in den Baum rein. Das hier ist irgendwas davon. Dann ist es natürlich auch so eine Sache hier mit der Designentscheidung. dieser Wesen, die man nicht unbedingt genau zuordnen kann. Und das oben ist dann wieder in Baumfarben, so als würde der Geist sich gerade um den Baum herum manifestiert haben. Oder vielleicht darin feststeckt, weil er sich an der falschen Stelle manifestiert. So, ganz einfaches Ausblocken der Farben. Nur die Flächen, wo diese Farbe hinkommen soll. Anmalen, nichts Spezielles. Keine spezielle Maltechnik oder sonst was. Einfach nur ein bisschen Farbe an die Stelle. Sehr schön. Das müsste da nicht alles gewesen sein. Gut, dann haben wir jetzt das schon mal soweit fertig. Und jetzt bekommt ihr das ganze Modell, eine Schicht mit dem Agrolux Earth Shade Soft Tone ab. Das heißt, ich werde komplett einmal mit diesem Shade über das Modell gehen. Zack. Aufgeploppt. Ich beginne beim Kopf der Droharde. Ich lege extra mal hier dieses Mal-Trockenbürst-Farbabstreich, was auch immer, Tuch darunter. Weil das beim Shaden ab und zu die Farbe ein bisschen wegspritzt. Dann gibt es ja diese ganzen kleinen Tupfer auf der Malunterlage. Das möchte ich jetzt nicht nochmal zusätzlich, weil es sowieso schon so süffig ist. Also, auch beim Malen legt euch gut was unter. Auch wenn ihr eher der Typ seid, der niemals Farben umschmeißt. Es landet immer was auf der Arbeitsoberfläche durch irgendwelche Maltechniken oder, oder, oder. Wenn euch dieser Schritt für die Borke, der Droharde, letztendlich natürlich auch zu dunkel ist, dann lasst, dann lasst er den weg und malt nur den Shade auf die Details. Das geht natürlich auch. Aber so bekommt der ganze Baum nochmal massive Schatten, Lichteffekte aufgedrückt. Das gibt dann ein wunderbares, natürliches Bild. So, das heißt nämlich, wenn ihr jetzt nur das Modell, also die farbigen Stellen bemalen wollt, malte das so mit dem Shade, einfach um die Stellen drumherum und lasst den Rest einfach so. Aber wie gesagt, ich wollte das ja komplett haben. Das kopiere ich jetzt auch hier einmal drüber, auch über diese Wurzel hier hinten. Und, nicht zu vergessen, über Space. Auch das kann noch ein bisschen Struktur, beziehungsweise Schatten, um die Struktur hervorzuheben, vertragen. So, die Droharde ist jetzt mit den Grundfarben bearbeitet und komplett geschadet. Den lasse ich jetzt komplett durchtrocknen und dann setzen wir noch Highlights an der Rinde und an einer anderen farbigen Stelle. Nachdem der Shade nun wieder getrocknet ist, kann ich damit beginnen, die Bauke zu vollenden. Nehmen wir noch einmal die Farbe, die ich vor dem Shade genutzt habe, Screaming Skull. Und arbeite hier mit noch ein paar Highlights an den Armen und an den Beinen aus. So, wie auch natürlich hier diesen Linden Shorts, der sonst ein wenig verloren daherkommt. Hinten dieser Stamm erhält auch ein bisschen Farbe. Das Gesicht natürlich, um die Details nochmal rauszuarbeiten. Hinten über die Haare. Und jetzt seht ihr, warum es wichtig ist, die Borg jetzt schon mal fertig zu machen. Ich komme mit dem Bürstschritt hier unweigerlich auch noch an die andersfarbig gestalteten Elemente des Modells. Und da ist es einfacher, diese jetzt gleich zu übermalen, anstatt irgendwie nochmal ordentlicher zu bürsten, nur um die nicht zu treffen. So, nach Screaming Skull, was ich zur Seite stelle, vielleicht brauche ich das gleich nochmal für einen kleinen Tropfen in den Augen. Kommt noch einmal Palette Witch Flash dran. Das ist da ein Eierschalenweiß. Da ich das jetzt in den Pinsel einarbeite, den ich noch nicht ausgewaschen habe vom Screaming Skull, also ist es nicht hundertprozentig die Farbe, sondern so ein Mischton. Und damit gehe ich wirklich nochmal hier über die Krallen, über die Arme, hier vorne über das zentrale Stück des Kopfs, hier vorne über das Knie, ein bisschen über Brust- und Ländenschutz. Die Wurzel hinten lasse ich im Prinzip nahezu aus. Und hier oben noch ein bisschen ins Gäst. Und damit ist die Borke fertig. Also wir haben eine beige Knochenfarbe, sehr helle, teilweise weißliche Borke. So ein bisschen den Effekt von, was ist das, Birke? Ich guck mal ganz kurz nach. Genau, richtig im Kopf gehabt. So ein bisschen den Effekt von einer Birke mit diesem sehr, sehr hellen Holz aufgegriffen. Und jetzt, mal zu guter Letzt noch eben die restlichen Details an. Um das dann auch zu einem Ende zu bringen, fangen wir mit den Blättern an. Das sind ja nur noch die paar auf dem Kopf. Dann nehme ich mir nochmal, hier ist die Farbe, Castellan Green, genau. Nehme ich mir nochmal Castellan Green zur Hand. Und arbeite nochmal leicht die Farbe aus. Da ja zum einen das durch den Shade ein bisschen dunkler wurde. Zum anderen zusätzliche Bürsten gerade eben die Farbe hier ein bisschen manipuliert wurde. Um diesen Effekt wieder wegzunehmen, male ich nochmal mit Castellan Green nach. Auch hier ist natürlich die Sache, wie hell und bunt wollt ihr das? Reicht euch das Castellan Green schon? Wollt ihr doch noch einen Schritt weiter gehen oder oder oder? Da könnt ihr auch variieren wie ihr wollt. Ich werde jetzt der Vollständigkeit halber nach dem Castellan Green mit Death World Forest arbeiten. Das werde ich auf diese Blätter auftragen. Mehr zum Rand hin, dass in der Mitte diese Vertiefung übrig bleibt in Castellan Green, beziehungsweise in dem geschälten Castellan Green Farbton. Hier könntet ihr zum Beispiel in so einer richtigen Frühlingsversion auch nochmal so ein richtig knalliges, sattes Grün für die Blätter nehmen, wenn ihr wollt. Ich versuche ja so ein Hybrid aus Frühling und Sommer abzudecken. Deshalb dachte ich, passt dieser Farbton besser. So, ich glaube das waren alle Blätter. Da unten noch einmal ein bisschen rein. Jawohl. Und last but not least nehme ich mir Nurgling Green. Für ein letztes Highlight. Hauptsächlich hinten. Zu den Spitzen der Blätter. Und da diese Blätter aus Athelloren sind, einem ungewöhnlichen, gewöhnlichen, magischen Wald, könnte man da ja auch die unterschiedlichsten Farben oder Farbstrukturen auch nochmal auf die Blätter aufbringen, um diesen mystischen Charakter des Waldes nochmal aufzugreifen. Uns reicht das in diesem Grün. Das hebt sich nicht zu sehr von der Rinde ab. Aber genug, dass man sieht, dass da noch was ist. Da wir gerade bei grün sind, nehme ich mir jetzt Loren Forrest und arbeite hier die Augen und das Leuchten im Mund nach. Die Schnitzereien in der Rinde, die auch bei diesem Modell vorhanden sind. Zwar hier oben werde ich in dem Falle nicht ausarbeiten, da hier oben dieses magische Wesen drauf sitzt, das ja in derselben Farbe gehalten ist. Dann würde das doch einfach nur noch wie eine grüne Masse aussehen auf die Entfernung. Und deshalb lasse ich das aus Designgründen quasi aus. So, dieser Waldgeist wird auch einmal nochmal mit dem vorher benutzten Loren Forrest bemalt. Auch um die Stellen wieder zu kaschieren, bei denen ich vorhin beim Bürsten drangekommen bin. So, das Ganze von hinten auch noch einmal. Da haben wir ja fast nur die Flügel zu sehen. Das geht dann ja recht einfach. So, das war der erste Schritt. Der zweite ist nun Warboss Green. Das geht schon fast alles noch ein bisschen ins Petrolige rein. Aber hebt sich auch nochmal schön von dem übrigen Grün ab, das wir bis jetzt genutzt haben. Einmal die Augen. Und wie es vielleicht auch aus den anderen Howtos schon gewohnt sind, im Zentrum des Mundes. Hier haben wir eine Zunge, deshalb auf der Zunge und dahinter. Und dann haben wir noch wieder dieses Geisterwesen. Das jetzt durch diese Farbe nochmal einen ganz anderen Stil bekommt, dass sich noch mehr von den Blättern abhebt. Und die seht ihr bei mir hier schon. Das sind ganz einfache Pinselstriche. Das geht relativ fix. Da ist überhaupt nichts besonderes dran, so ein Modell zu malen. Generell ist an Modellen bemalen nichts besonderes. Und in unseren Zeiten, indem wir diese ganzen YouTube-Videos und sozialen Medien nutzen können, ist es ja auch nicht schwierig, sich derartige Videos wie dieses How to Paint rauszusuchen, um mal zu gucken, wie könnte ich denn so ein Modell bemalen. Ich erinnere mich an meine Anfangszeit im Hobby damals, als es noch die Imperial Fist Supremacy Force gab für OMA 40.000. Ich weiß gar nicht, welche Edition das war. Da hat man die Bilder gesehen. Das hatte man in White Dwarf. Aber dann war es das auch. Da gab es keine zusätzlichen How to Pains oder sonst irgendwas. Da hat man, wenn man Glück hat, vom Bruder des besten Freundes, der zufällig dieses Hobby auch gemacht hat, mal einen Tipp gekriegt, den er in seiner schon etwas längeren Laufbahn des Malens sich angeeignet hat, die Technik. Aber sonst musste man sich alles ein bisschen selbst beibringen. Und durch das Internet, die sozialen Medien, die Vernetzung hat man heutzutage so gute Möglichkeiten, auch an hochqualitative Erklärvideos ranzukommen. Da kann mir hinterher keiner erzählen, ich weiß nicht, wie ich sowas bemalen soll. Da gibt es genug Videos. So. Nach diesem leichten, nostalgischen Trip und dem Schritt mit Omboss Green bleibt uns dafür nur noch Skarsnick Green. Das ist eine wunderbare Farbe auch, um Goblins, comichafte Goblins, zu bemalen, die Haut. Und mit diesem Skarsnick Green gehe ich jetzt nochmal in die Pupillen. Und hier in die Mitte über der Zunge, um das magische Leuchten nochmal auszuarbeiten. Und male auch hier an diesem Waldgeist nochmal ein wenig mehr helle Farbe auf. Wenn ihr jetzt hier einen sehr glatten, sehr feinen Übergang der Farben haben wollt, einen feinen Farbverlauf, könnt ihr euch auch noch eine Farbe zurechtmischen, die zwischen Warboss Green und Skarsnick Green ist. Für einen etwas comichaften Stil, den ich persönlich präferiere, ist das voll okay. Und auch der Zuschauer, der mir diese Drohaden zur Verfügung gestellt hat, hat mir Bilder gezeigt aus etwas älteren Editionen, ORM-Editionen, wo es auch doch eher bunt und comicartig zuging. Deshalb denke ich, ist das auch voll in seinem Sinne, wenn ich die Tutorials für ihn in diesen Farben bearbeite. Oder in diesem comicartigen Stil. Was ich bei diesen Geistern hier immer schwierig finde, sind die doch eher weniger ausgearbeiteten Details am Modell. Die machen es dann etwas schwierig, das zu bemalen. Aber es sind ja vielleicht auch etwas diffus geformte Geister, die nicht unbedingt eine klare Körperform haben. Oder bei der sich keine klare Körperform erkennen lässt, weil die vielleicht auch ihre Körperform nach Belieben ein bisschen ändern können. Wodurch das nochmal schwerer wird, zu erkennen, wie die jetzt wirklich aussehen. Daher ist es, glaube ich, okay, wenn wir die auch eben mit diesem Hintergrund so bemalen, dass man nicht richtig das Gesicht erkennt oder ähnliches. Man muss sich das Ganze nur schönreden. Hier lasse ich, wie man sieht, bewusst die äußeren Stellen der Flügel aus. Um so etwas wie eine Art Farbverlauf zu erzeugen. Das sieht ja schon mal ganz lustig aus. Weil was anderes fällt mir wirklich nicht ein als Wort für diese Dinger. Und ich nehme mir nochmal Screaming Skull. Und versuche jetzt einen ganz, 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 ganz minimalen Punkt hier in die Augen zu setzen. Einmal ja. Ich glaube, ich glaube, hier auch, ja. Und nochmal ein ganz bisschen hier in diese Mitte auf die Zunge, um das ein bisschen aufzuhellen. Und dann mit einem sehr nassen Pinsel und ein bisschen Farbe drauf, lässt sich auch noch der Geist ein bisschen akzentuieren. An einigen bekannten Stellen kann man dann nochmal mit der Farbe langziehen. Wie gesagt, wichtig ist, dass der Pinsel nass ist und dir somit nur sehr, sehr leicht die Farbe auftragt und nicht zu dick. So, das ist der obere Waldgeist dieses Modells. Dann kommen wir noch zu dem Hinteren, zu dem kleinen roten Geist. Das ist alles nicht mehr unbedingt die Droge Arte, die ich bemale, aber der Vollständigkeit halber machen wir das auch. Ich beginne mit Corn Red. Da ist der Farbport wieder zugegangen, was er nicht sollte. Wie gesagt, ich beginne mit Corn Red, was auch die Grundfarbe war vor dem Shade. Da gucke ich schon jetzt, dass ich nicht so in diese Vertiefung reinkomme. Und ich ziehe eigentlich den mit ein wenig Farbe beladenen Pinsel, auch wie beim Trockenbürsten hier, so gegen die Strukturen übers Modell. Dass ich da direkt durch die schon geschädeten Töne, die neu aufgetragenen Töne, Struktur bildet, die ich dann in den späteren Schritten bei den weiteren Farben nur noch nachmalen muss, beziehungsweise aufgreifen muss und nicht mehr komplett überlegen brauche, wo geht denn jetzt hier vielleicht die Fläche mit der Farbe lang. Das vereinfacht die Sache doch ziemlich. So, das war Corn Red, dann haben wir noch eine Stufe heller, Mephiston Red. Auch da können wir diese Technik wieder ganz gut anbinden. Den wir einfach nur so ein bisschen über die Strukturen drüber ziehen. Das ist im Prinzip wie ein gezieltes, regional begrenztes Wet Brushing, also Nassbürsten. Im Gegensatz zu den Trockenbürsten, wo man wenig wenig Farbe an dem Pinsel hat, hat man beim Wet Brushing viel Farbe und Nasse Farbe auch am Pinsel. Das ist nochmal eine ganz andere Technik, aber kann man auch für sowas gut nutzen. So, bin ich nur im Fokus, also einigermaßen. Das ist dann der Schritt mit Mephiston Red. Und dann auch wieder der Hinweis, das könnt ihr so rein hochziehen, bis ihr mit der Farbe zufrieden seid. Ich nehme mir als nächstes Wild Rider Red und arbeite genau mit denselben Techniken weiter. Gehe jetzt mit der Farbe auch so ein bisschen oben an den Stamm, dass es wirklich so langsam auch aussieht, dass dieser Geist sich aus dem Baum rausschält. Also ich greife diese Struktur hier auf, ziehe die so ein bisschen hoch farblich. Nicht zu viel, nur dezent, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, als würde entweder der Baum aus dem Geist erwachsen oder andersrum, als wäre der oder der Geist wäre ein Teil des Baums oder auch wieder andersrum, der Baum eines Teil des Geistes. So kann man auch seine kleinen Geschichten für und um die Modelle spinnen, die man gerade bemalt, während man sie bemalt, weil man solche Details entdeckt, was man zum Beispiel wie umsetzen kann. Und dann bekommen die nochmal einen ganz anderen Charakter oder man bekommt auch einen anderen Bezug zu diesen Modellen. Ich eier ja eigentlich schon wieder viel zu lange hier rum mit dem Geist hier hinten. Aber ich möchte ja, dass es vernünftig wird. So, warum habe ich Rot und Grün gewählt gerade? Weil es ein Komplementärkontrast ist und zusammen ganz gut aussieht. So ungefähr die Farbe muss da noch ein bisschen intensiver werden. Und was soll der Geist? Wir nehmen auch nochmal Troll Slayer Orange. Und geben Genen von Rot in ein ganz anderes Farbspektrum rein. Auch hier diese Metamorph-Effekte so ein bisschen zu beeinflussen, farblich. Jetzt seht ihr selber, gehen wir so langsam in so ein rot-orange rein. Was aber glaube ich auch ganz gut ins Gesamtkonzept passt. Und jetzt, weil ich diese Farbe noch hier habe, nehme ich mir Fire Dragon Bright. Und arbeite damit quasi jetzt Highlights aus. Hier am Arm und an der Hand. Hier unten die Zehen. Hier hin, diese Wülste, was auch immer es sein soll. Hier auf der Seite, diesen kleinen Stummelschwanz. Diese Rückenschulterpartie. Hüfte, Arm. Ein bisschen was hier an den Zehen und am Bein. Nicht deckend, sondern einfach nur so selektiv. Ein bisschen was am Bauch. Und natürlich auch hier am Kopf, wo es in den Baum, ähm, doch in den Baum übergeht. Und vorne im Gesicht auch ruhig ein bisschen heller, als an den anderen Stellen. Weil da ja der Fokus sein sollte. So, das ist der Waldgeist da hinten drauf. Da kann man so lassen. Da könnt ihr auch zum Beispiel, wenn ihr was ganz Buntes haben wollt, noch blaue oder bläuliche oder violettfarbene Geister dazu. Da sind quasi euren, nur eure Fantasies, eure Grenze da. Und wir beenden jetzt das Modell so langsam, indem ich zunächst den Baserand mit Dryad Bark bemale. Da ich eine helle Grundierung genutzt habe, werde ich wahrscheinlich zwei dünne Schichten wählen, um eine gute Deckkraft zu erhalten. Ich könnte auch den Pinsel ein bisschen nass machen zwischendurch. Würde ich dieses Modell für mich bauen und bemalen, hätte ich jetzt zunächst das Magnet Base drunter geklebt, um auch den Rand des Base mit zu bemalen, damit dieses nicht wie ein Fremdkörper aussieht, sondern wie zugehörig zum Modell. Aber hier ist es tatsächlich für einen Zuschauer. Das How to Paint, es ist, ich habe ihn nicht mal gefragt, ob er Magnet Base nutzt. Deshalb ist es auch okay, wenn ich das einfach mal so mache und er das nachrüstet, falls er es braucht. Denn die Modelle, die er mir zur Verfügung gestellt hat für diese How to Paints, bekommt er natürlich alle zurückgeschickt. Von mir bemalt. Im Video. Dabei möchte ich auch jetzt schon einmal noch danken, dass ich die Drüharten bemalen durfte. Das hat mir zum einen die Möglichkeit gegeben, Content zu produzieren, zum anderen hat es mir gezeigt, wie cool Drüharten zu bemalen sind und mich direkt überzeugt, eine kleine Waldelfentruppe aufzubauen. Und ja, da kann man auch mal über den Tellerrand hinausschauen, einfach mal um andere Modelle zu bemalen, ohne direkt irgendeine Box kaufen zu müssen. So, das war der Schritt. Jetzt werde ich noch, wenn der Rand getrocknet ist, abseits der Kamera hier das Fieldgrass und die Shrub Tufts ein bisschen aufkleben, das Ganze lackieren und euch dann nochmal das fertige Modell zeigen. Und hier haben wir dann jetzt das fertige Modell, die fertige Drüharde. Ich gebe zu, die Kombination aus diesem sehr hellen Gras und den Shrub Tufts ist gewöhnungsbedürftig. Vielleicht wäre es auch eine Möglichkeit, die Tufts heller zu bekommen, grüner oder vielleicht auch immer das Grasstreu etwas dunkler zu wählen. Ich finde, es greift aber hier in dem Falle ganz gut auf das Gras und dieses Geisterwesen und die Augen und das Shrub-Zeug und die Blätter. Also es gibt dann so eine Parallele zum Modell, die nicht von der Hand zu weisen ist. Und ihr könnt natürlich auch gerne dieses Modell so nachmalen. Jawohl, müssen wir natürlich auch nochmal sagen. Wenn ihr das tut, könnt ihr auch euer Ergebnis posten in den sozialen Medien mit dem Hashtag Maltisch am Mittwoch, Hashtag Dizzyfinger oder Hashtag Mamm2 Maltisch am Mittwoch Tutorials. Und ihr, die ihr das Modell jetzt hier in der Maltisch am Mittwoch Episode gesehen habt, ihr habt das ja auch als Thumbnail fürs Video schon gesehen, ich würde sagen, ihr geht jetzt einfach mal weiter zum nächsten Beitrag. Ich habe noch keine Ahnung, was das ist, aber es wird auf jeden Fall etwas kommen. Und denkt dran, der rote Geist ist immer der Böse.